Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern bin ich um 21 Uhr mit meinem Lipizzaner Star Power beim Wild Day Championat gestartet. Ich habe den dritten Platz belegt und somit die Bronzeschleife jetzt zum vierten Mal gewonnen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt und sage dann viel Spaß beim Anschauen. Ich habe den dritten Platz belegt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020